Double Feature live Samstag, den 11. Mai ab 19.30 Uhr Erstmals überhaupt zu sehen, 2. HD Remaster Das pausierbare Echtzeitstrategie Kultspiel Jetzt in einer frisch aufpodierten neuen Version Erstmals überhaupt zu sehen, bei mir bei Writing Bull Eine Videopremiere auf YouTube Um 19.30 Uhr geht es los, die erste Folge meines Preview Let's Plays Das ihr live im Premiere Modus live kommentieren könnt im YouTube Chat Um 20 Uhr folgern die Fortsetzung unseres Anno Live Let's Plays Live auf YouTube und auf Twitch Anno 1800 Mit mir und mit Ivy, unserer Fan-Expertin, dem lebenden Warenrechner Heute Abend, 11. Mai, Double Feature Auf YouTube, 19.30 Uhr, Swine HD Remaster Und 20 Uhr auf YouTube und auf Twitch Anno 1800 Bis dann!